Du willst dem Markt voraus sein und mehr profitieren, antizyklisch investieren, dann hilft es enorm, wenn du das Wall Street Cheat Sheet kennst, wie, in welchen Wellen, mit welchen Emotionen, mit welcher Psychologie die Leute investieren. Wenn du das verstehst, und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, dann hast du einen enormen Vorsprung. Und ich sage dir auch gleich, warum. Hier siehst du das Wall Street Cheat Sheet, Psychology of a Market Cycle, die Psychologie eines Marktzyklus. Und je nachdem, wie lange du schon investiert bist, und bei den Kryptowährungen ist es noch viel, viel extremer, weil da die Emotionen noch viel, viel mehr mitspielen und diese ganzen Schwankungen auch viel, viel extremer sind, dann wirst du das hier hundertprozentig auch dich wiedererkennen. Wenn nicht, dann profitierst du jetzt direkt davon. Ein sogenannter Zyklus bedeutet, man ist an einem Tiefpunkt vom Markt, dann geht der Preis massiv hoch, auf das sogenannte All-Time-High. Und auf dem All-Time-High, dann korrigiert das wieder, wieder auf den Tiefpunkt, wo auch immer der ist, und dann geht der Markt, dreht er wieder und geht wieder nach oben. Das ist ein normaler Zyklus, Investmentzyklus, egal welches Asset du nimmst. Im Immobilienmarkt, Aktien, alles bewegt sich in Wellen. Nichts geht einfach linear nach oben oder nach unten. Alles bewegt sich in Wellen, wie die Natur auch, oder? Das sage ich immer wieder. Und jetzt gibt es gewisse Zyklen bei den Kryptowährungen, bei Bitcoin, habe ich in verschiedensten Videos schon gezeigt. Aber jetzt hier, der psychologische Zyklus ist enorm spannend. Schauen wir uns den jetzt mal genau im Detail an. Wenn ein Markt im Tiefpunkt ist, dann steigt er irgendwann leicht an und dann kommen die Zweifel. Die Zweifel, die Rallye wird scheitern, wie jede andere auch. Weil alle sind negativ eingestellt, haben Geld verloren und so weiter. Die Leute sind negativ. Dann steigt der Kurs weiter, dann kommt die Hoffnung. Die Erholung ist möglich. Ich glaube, es ist das erste Fünkchen Hoffnung kommt. Preis steigt weiter. Klar, mit gewissen Zwischenkorrekturen. Preis steigt weiter. Optimismus. Wow, dieser Rallye, dieser Preisanstieg, der ist echt. Der ist wirklich echt. Und übrigens, wie ich die jetzige Situation einschätze, zeige ich dir gleich, wenn wir durch den Zyklus durch sind. Nach dem Optimismus steigt der Preis weiter an. Der Glaube, Zeit voll zu investieren. Jetzt glaube ich daran. Wenn die Märkte schon extrem stark gestiegen sind, das ist der grösste Fehler, dass die Leute dann noch auf dem Zug aufspringen. Aber man glaubt daran. Zeit voll zu investieren. Und dann die Begeisterung. Ich sage ja, jeder soll kaufen. Und das ist auch der Punkt, wo du spätestens verkaufen solltest. Wenn jeder sagt, ich habe ja gesagt, ich bin der beste Investor. Wenn dir in deinem Umfeld die Zeitungen alle schreiben, jetzt muss man investieren. Auf dem Hype, auf dem Höchstpunkt sozusagen. Dann ist es Zeit für dich, antizyklisch zu handeln und zu verkaufen. Dann, ja, der Markt steigt vielleicht noch ein bisschen mehr an. Euphorie, ich bin ein Genie. Alle werden reich, habe Glück gehabt, ich bin der Beste, oder? Spätestens dann musst du auscashen. Gewinne mitnehmen, ganz wichtig. Und wenn du dieses Gefühl hier auch schon kennst oder kennengelernt hast, dann weisst du, was ich meine. Dann korrigieren die Märkte, weil, wie gesagt, die Leute nehmen Gewinne mit, die schlauen Investoren. Dann kommt die Selbstgefälligkeit. Ja, ist nur eine kleine Abkühlung vor der nächsten Rallye. Hast du das auch schon gehört? Buy the Dip. Kauf die Korrektur. Ja, wir haben jetzt 20% korrigiert. Aber alle sind voll euphorisch. Buy the Dip. Kauf die Korrektur. Dann sinkt der Preis noch weiter. Die Beunruhigung. Oh, dieser Dip, der dauert länger als gedacht. Vielleicht ist was dran, dass es nicht so optimal ist jetzt. Okay. Dann kommt die Verleugnung. Nein, nein, meine Investments sind super. Die kommen wieder zurück. Ich kaufe wieder den Dip. Buy the Dip. Hört man immer wieder? Buy the Dip. Man verleugnet die Situation. Dann, Preise sinken noch weiter. Panik. Alle verkaufen. Ich muss auch raus. Und das ist genau dieses falsche Investmentverhalten. Eben hier unten dann in Panik verkauft man. Und hier oben, als man sozusagen der beste Investor war, hat man keine Gewinne mitgenommen. Dann sinken die Preise weiter. Dann kommt die Wut. Und warum hat die Regierung das alles nur zugelassen? Warum? Wir müssen doch geschützt werden. Wenn wir das auf die Kryptowährung anwenden, hier oben, nee, alles decentralized. Alles muss jeder, ist seine eigene Bank und so weiter. Und hier unten plötzlich dann, wenn man Geld verloren hat. Und wenn man halt nicht so schlau gewesen ist und keine Gewinne mitgenommen hat, dann kommt die Wut hier und man sucht Entschuldigen. Und warum hat jetzt die Regierung uns nicht geholfen? Ja, dann geht der Kurs typischerweise noch tiefer. Dann kommen wir in die Depressionsphase. Ich bin ein Idiot. Mein komplettes Investment ist weg. Einfach weg. Ich habe zu stark auf die Influenza gehört. Keine Ahnung was. Ich habe keine Gewinne mitgenommen. Ich verstehe diesen Zyklus hier nicht. Buy the Dip zum hundertsten Mal gemacht und so weiter. Aber am Schluss, ja, leider viel Geld verloren. Dann dreht der Markt wieder, weil jeder Markt dreht. Ist immer nur eine Frage der Zeit. Aber jeder Markt dreht, so wenn er nicht verschwindet. Und du kannst jetzt überlegen, die Märkte, die du investiert bist, Kryptowährung zum Beispiel, verschwindet dieser Markt wieder? Ich sage ganz klar, nein, keine Finanzberatung, aber das musst du an deiner Stelle entscheiden. Und dann steigt der Preis wieder an. Und dann sind wir wieder hier. Zweifel. Ja, dieser Rally. Nee. Die Amerikaner, die verbieten Kryptowährungen. Die Chinesen verbieten Kryptowährungen. Was sehen wir heute noch? Ja, alle sind negativ. Niemand interessiert sich mehr für dieses Thema. Preis steigt dann. Nee, ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist. Und dann sind wir wieder. Einen ganzen Zyklus hier vorne. Und dann geht es wieder mit Hoffnung, Optimismus, Glaube und so weiter weiter. Ja, die Frage ist jetzt, wo stehen wir aus meiner Sicht? Aus meiner Sicht sind wir definitiv durch die Depressionsphase durch. Wir sind jetzt irgendwo hier in der Zweifel, in der Phase des Zweifels. Und du kannst dich selber mal fragen, was für einen Gefühlszustand du hast. Weil diese Aussagen hier, eben bei der Dip oder der Dip dauert nur länger. Oder ja, nee, ich glaube nicht, das wird wieder scheitern. Diese Emotionen, die kommen auch bei mir, obwohl ich seit 2014 im Markt bin, immer wieder hoch. Nur ich kann sie auch besser einschätzen und kontrollieren. Aber frag dich mal selber, wie du die jetzige Marktsituation einschätzt. Und wenn du diesen Zyklus hier auch besser verstehst, dann hilft dir das enorm, auch bessere Investmententscheidungen zu treffen. Das bedeutet unter anderem, dass man eben antizyklisch handelt. Gewinne mitnimmt, wenn alle euphorisch sind oder wenn alle Panik schieben, dass man dann investiert. Ja klar, da muss man auch an den Emotionen, am sogenannten Mindset auch arbeiten. Theorie, Praxis, das passt alles. Aber auch an diesen Themen muss man arbeiten. Und wir können dich hier auch sehr, sehr gerne unterstützen mit unserer Erfahrung, die wir haben über die letzten neun Jahre, die wir gesammelt haben. Indem du jetzt auf marksteine-consulting.ch gehst, dir dort das kostenlose Erstgespräch bei uns buchst. Dann schauen wir mal, ob und wie wir dich hier fit machen, damit auch du von solchen Zyklen besser profitierst. Dann schauen wir mal, ob und wie wir uns buchst.